Das passiert in einem Jägerleben, wenn überhaupt, wohl nur einmal. Einen Wolf gerade einmal 100 Meter entfernt vor der Kamera zu haben. Noch dazu fast eine halbe Stunde lang. Die beiden Jäger Max Walch und Toni Wilhelm hatten letzten Freitag in Zug am Arlberg dieses Glück und lassen Sie und mich heute daran teilhaben. Sie haben uns exklusiv Ihre sensationellen Bilder zur Verfügung gestellt und vor Ort erzählt, wie es bei der Jagd überhaupt dazu gekommen ist. Und plötzlich war da ein Wolf. Die beiden Jäger Toni Wilhelm und Max Walch konnten es zuerst selbst nicht glauben, was da für ein Vierbeiner in unmittelbarer Nähe vor ihnen herumspazierte. Gegen 20 Uhr war ich da auf der Jagd und dann plötzlich habe ich da oben etwas kommen sehen und ich habe mich zuerst gewundert, was das ist. Und dann durchs Fernglas habe ich gesehen, dass es ein Wolf sein könnte. Ich habe den später ein Stück erlegt, ein Stück Rotwilz. Und auf den Schuss hin ist der Wolf dann näher zu mir gekommen und ich konnte ihn sehr gut beobachten. Der Schuss hat den Wolf also nicht abgeschreckt, sondern im Gegenteil sogar noch angelockt, was den Jäger heute noch etwas wundert. Das Verhalten hat mich ein bisschen, ja, ein bisschen komisch vielleicht, dass er auf den Schuss gekommen ist. Aber der Anblick war sensationell, also gigantisch den Wolf. Das erste Mal, dass ich den Wolf in freier Wildbahn gesehen habe. Mit dem erlegten Tier beschäftigt sich der Wolf allerdings nur wenige Minuten. Als sich das Rotwild dreht, ist eine natürliche Reaktion des Tieres zu beobachten. Der Wolf geht dem Wild sofort an den Hals, als ob es noch leben würde. Doch der Hunger scheint dann doch nicht allzu groß zu sein und die Schlepperei wohl etwas mühsam. Wie wahrscheinlich auch die Haare des erlegten Tieres in der Schnauze des Wolfes. Nach ein paar Minuten lässt er vom Rotwild ab. Mit der Kamera festgehalten, hat die Szene Jägerkollege Toni Wilhelm, der zufällig in der Nähe war. Dann rofft er mich an, du, ist ich ein Wolf? Er hat gesagt, was, ein Wolf? Ja, und, ja, ein Wolf, ein Wolf, kein Muffi, schnell. Und ja, dann bin ich hochgegangen und bin ich zu Max hinein. Ja, dann habe ich schon gesehen, ja, ich springe, oder, ein Wolf. Ich tue jetzt relativ viel Filmen, halt Hirsche und Steinbild und halt, was da miteinander greucht und fleucht. Aber ein Wolf natürlich, das ist schon eine Ausnahme, oder? Das kriegst du nicht jeden Tag, das ist wie ein Lottosext, eigentlich, sag ich immer. Obwohl der Ort der tierischen Begegnung nur gute 20 Gehminuten von Zug entfernt ist, bestehe für die Menschen im Dorf keine Gefahr, sagen Experten. Und sie vermuten, dass der Wolf aus Graubünden nach Vorarlberg gekommen sein könnte. Dort gibt es, 30 Kilometer von der Grenze entfernt, ein Rudel. Es könnte sein, dass der Wolf noch relativ jung ist und aus diesem Rudel stammt und sich nun ein neues Revier sucht. Nachdem er am Wild herumgekäut hat, werden nun die DNA-Spuren ausgewertet. Die Ergebnisse liegen in zwei Wochen vor. Dann hoffen die Experten mehr über den ungewöhnlichen Besucher zu erfahren.